Wie eine Unten, oder? Wie könnt ihr nie, verdammt, die euch geholfen haben? Noch nicht bereit. Ja, du lässt sich... Ah, scheiße, ich will da. Nie wusst. Ja, ich nehme dir meine Arme und deine ganzen Viecher auch. Was auch ein Fetischleiß ist aber schwach. Wer kämpft da? Ja, Hubi? Ich gucke sie. Befreie euren Geist von Diablos, Elender Verdächtnis. Wir müssen nach rechts oben. Ja. Die Brunnen der Himmel waren mit der Energie des Kristallbogens erfüllt. Und jetzt, seht sie euch nur an. Das geht noch nicht. Ein Geschnetzel wieder. Das Geile ist nachher beim Abenteuermodus mit den EVM Portale die ganzen legendären Amulette, was kriegst. Ja. Und das den auch nur leveln kannst. Sicher geil, ja. Sieben Level fällt noch, sieben. ja. Günther sammelt wieder ein Eisergel. Günther ist wieder mega. Die grosse Spanne. Ja. Jetzt ist es, glaube ich, Diablo Fight ist es jetzt. Echt? Oder noch in Akt 4 schon erledigt? Der ist aber echt kurz. Was ist Axt 5? Nein, das ist so der Ingers. Ah, der Israel oder wir auch aus. Keine Ahnung. Der Asrael. Ist so auch so. Ich werde es bei den Voraus schon geben. Ja. 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 Aber wie schnell die Posts weg sind. Das ist ja unglaublich. Ja wir sind sehr OP. Aber wir können in den Schwierigkeiten grad nicht wechseln. Das ist halt ein Mal so. Ja. 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 Wo es die Walle ist, ist sehr dialogresistent. Das ist noch geiler als Frustresistent. Dialogresistent bist du. Nein, das lernen wir schon nicht. Wir sind so eine Gruppe. Der Mönch schlägt auf alles ein, was mit Nied und Nagel fest ist. Die anderen drucken alles weiter und die anderen saugen gleich Bier. Beste Voraussetzung für einen Coop-Stream. Besser geht es nicht mehr. Schwert, legendär, stark. Ich hoffe, das ist was. Ein Brustschutz, ein legendären. Einmal frech. Ist nichts, schade. Danke eben, super. Besser was für die eine. Ich habe einen legendären Brustschutz gekriegt. Stärk. Da liegt noch was anscheinend. Ah, ein Helm. Warte, der hat mega Ausschau. Nehmen wir. Legendären fliegenden Drachen. Aber die Zauberer, ehrlich. Die Zauberer schauen so schwul aus. Hatte wie eine Zauberin gemacht. Echt. Das ist ja irre. Aber er ist halt ein zater. Ja, du. Aber eins, was ich dir sagen. So wie der Locki als Beschwerer schaue ich immer noch nicht aus. Mit seinem... Nein, das war... Mit seinem Dildo am Kopf war mega. So eine Oberschluchtel. Und ich war zu voll genauer. Er war noch stolz drauf. Ja sicher. Hat sich nicht jeder gehabt. Oder hat sich nicht jeder getraut. Ja. Ich glaube, das hat sofort jeder... Mit einem Level 1... Ja. Unglaublich. Mit dem Dildo am Kopf war es schon mega. Da hat sich... Das hat sich eh nichts immer einfallen lassen. Ja. Total. Das war ja so ein türkises Jopperle, oder? Ich habe es verdrängt, aber es war auf jeden Fall ganz wild. Ja, hübsch. Hübsch. Da tauchen, wenn sie machen, ja. Tauchen, wenn sie machen, ja. Noch nicht bereit. Also Atem des Todes habe ich schon genug gekriegt. Jetzt doch. Ja, von dem zu ich kann es nicht genug haben. Glauben wir es. Das ist... Stackbar bis zu 5000. Voller Gehl. Voller Gehl. Der Fallen. Ich sehe. Ich sehe. Ich sehe meine Warnung keine Warnung. Und wenn ich vielleicht... Ihr seid stark genug. Ich sehe. Ich sehe. Ich sehe. Der erste Fight gegen den Namensgeber des Spiels. Der wird dir sehr, sehr gefallen. Hängt's Maus! Ja, wenn wir nicht so aber bauen wollen, wäre es sicher schwer, oder? Ja. Ja, er geht. Wenn der jetzt wieder in 10 Sekunden weg ist, gell? Nein, das geht leider nicht. Nicht? Nein. Nein. Nein, das geht. Nichts, nein. Ich sehe. Ich sehe. Nein. Das geht, ich sehe. Ich sehe. Ich verstehe. Ich sehe. Ich sehe. Ich sehe. Ich sehe. Es hat auch zwei nette Waffen in der Hand, auch jetzt zwei du. Zwei Burschen. Wen meinst du? Ja, der eine der Lanzen und du ein Geilschweiß. Ja, weil ihr Waffen ist auch nicht schlecht. Ja, es schaut aus wie so ein Kloppe ist. Du, war ja klar, dass dein Konter kommt, gell? Logisch, logisch. Und genau deswegen sage ich es ja. Weil du immer Konter gibst. Diablo Schatten. Ich hatte die Walli gern als Verkäuferin. Du gleich schaust als Kunde, was du haben willst. Ja, 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 ja. Talk to the hand. Jetzt können wir mal deinen Droplauf. Also wenn du Solo spielst und du hast schon nicht den Gieren, aber bist du einige Zeit am Werken. Schnauze. Durchspielen von dem Markt. Ja, den lachen wir ja gerade zehnmal aus. Ja. Ja. Ich hab mal. Drop it, Baby. Ja, der Tag ist gelettet. Seit all Zeit. Ich muss zurückkehren. Ein paar geile Sachen krieg jetzt, muss ich sagen. Jetzt ist da das Buch nicht mehr da. Das gibt's ja gar nicht. Ja. 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 Ja.